Hi, mein Name ist Lukas Zehnder, dein Experte für Bewerbung, Job und Karriere. Nutze mein Insiderwissen als Hellhunter um Psychologe und gewinne das Spiel der Bewerber. Der aktive Gebrauch von Social Media Profilen kann für Erfolg in Bewerbung, Job und Karriere entscheidend sein. Auch du hast wohl bereits ein LinkedIn und oder ein Xing Profil und setzt dich mit dem Thema auseinander. Eine Frage ist immer, wie aktiv du nun auf LinkedIn und Konsorten sein sollst. Mir fällt auf, dass viele übereifrig starten, vieles posten und kommentieren und dann mit der Zeit wieder davon ablassen. Das ist okay so. Aber am besten wäre es doch eigentlich, wenn du LinkedIn ganz natürlich und ungezwungen in deine tägliche Routine integrieren kannst. Nicht? Nähere dich der Plattform wie einem jungen Pferd. Lege dir eine tägliche Routine zurecht, indem du dich zum Beispiel jeden Morgen 10 Minuten vor Arbeitsbeginn durch den Newsfeed scrollst und zu spüren beginnst, was andere posten und wie die Plattform tickt. Lies die spannendsten Artikel und schau die interessantesten Videos. Richtig, lies LinkedIn. Lies es wie eine Zeitung. So, ganz ohne Druck. Social Media heissen Social Media, weil sie Medien sind. Sobald du einen aktuellen Grund hast, zum Beispiel du bist aktiv auf Jobsuche oder du möchtest eine Dienstleistung promoten, dann lege dir eine LinkedIn-Strategie zurecht und benutze die Plattform als Tool. Hier wird dann das Social von Social Media besonders wichtig. Doch dazu mehr in einem anderen Video. Gerne optimiere ich auch deine Social Media Präsenz. Kontaktiere mich einfach für ein unverbindliches erstes Gespräch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao.